Pullovergewirr. Ich mache einfach mal einen auf. Super, super dünne, mega leichte Merinowolle. Wirklich ganz, ganz leicht. Kannst du super das ganze Jahr über durchtragen und die ganzen Bömmetchen, egal in welchem Farbton wir die haben, sind alle mit der Hand aufgesetzt. Also es ist wirklich wieder mit viel Liebe und Detail und Spaß und ihr seht, wir haben unterschiedliche Farbnuancen. Auch die kompletten Farben passen wunderschön zu allen zur Kollektion. Die Pullover sind in Doppelgrößen aufgesetzt. ML und XSS, die sind Oversize geschnitten. Der Ausschnitt ist nicht zu tief. Also 400 Gramm wiegt der Pullover. Und auch auf der Rückseite sind keine Bömmetchen. Aber guck mal die schönen Applikationen, die Herzen, wie das gemacht ist. Total sanft. Wiegelt oats Bis zum nächsten Herzen